Es sind doch nur ein paar Reiseunterlagen mehr. Es ist doch nur eine digitale Akte mit medizinischen Informationen. Es sind doch nur ein paar Monate mehr. Es ist doch nur, bis alle ge***ft sind. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Es ist doch nur... Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage nicht zu viel dazu. Ich lasse das Video für sich sprechen. Das geht nur zwei Minuten. Ich denke mal, ich werde zwischendurch nicht Stopp machen, sondern eventuell am Ende nochmal meinen Senf dazu abgeben. I love you all. Daumen nach oben. Kommentarchen schreiben. Kanal abonnieren. Gerne auch Mitglied werden und mich damit unterstützen. Ich liebe euch. Und jetzt würde ich sagen, Peter geht los, Digi. Und los. Es ist doch nur eine Maske. Es sind doch nur drei Wochen. Es ist doch nur wegen der Krankenhäuser. Es ist doch nur kurz. Dann machen alle Läden wieder auf. Es ist doch nur ein Test. Es ist doch nur eine App. Es ist doch nur, dass wir wissen, mit wem sie Kontakt hatten. Es ist doch nur eine vorübergehende Betriebsschließung. Es ist doch nur, um nachzuverfolgen, wo sie wann waren. Es ist doch nur, bis wir eine Impfung haben. Es sind doch nur ein paar Reiseunterlagen mehr. Es ist doch nur eine digitale Akte mit medizinischen Informationen. Es sind doch nur ein paar Monate mehr. Es ist doch nur, bis alle geimpft sind. Es sind doch nur ein paar Nebenwirkungen. Es ist doch nur ein grüner Ausweis. Es ist doch nur ein Armband. Es ist doch nur fürs Reisen. Es ist doch nur für die Arbeit. Es ist doch nur, weil wir uns sonst von ihnen trennen müssen. Es ist doch nur ein Bluttest. Es ist doch nur ein Chip. Es ist doch nur ein Heim. Es ist doch nur das Beste für die Kinder. Es ist doch nur, weil sie bei ihnen nicht sicher sind. Es ist doch nur, bis sie zur Einsicht kommen. Es sind doch nur noch ein paar Jahre. Es ist doch nur, weil sie uns aufgefallen sind. Es ist doch nur für eine Befragung. Es ist doch nur, weil uns Erkenntnisse vorliegen. Es ist doch nur, weil sie so unkooperativ sind. Es ist doch nur, weil es das Gesetz jetzt so vorschreibt. Es ist doch nur, bis sich die Klappe unter ihren Füßen öffnet. Es wird schon nicht wehtun. Crazy. Crazy. Der Schluss war wild, ne? Es ist doch nur, bis sich die Klappe unter ihren Füßen öffnet. Und so war es auch. Es war, es hieß immer, es sind doch nur, wo ich mein erstes Video hochgeladen habe, so. Bruder, du sollst doch nur eine Woche zu Hause bleiben. Du sollst doch nur eine Woche zu Hause bleiben. Was regst du dich denn so auf? Warum, 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 warum machst du denn jetzt ein Video? Warum schreist du denn so rum? Es ist doch nur drei Wochen zu Hause bleiben. Bro, es ist doch nur ein Monat. Es ist doch nur ein Jahr. Es sind doch nur zwei Jahre. Es sind doch nur drei Jahre. Und so wird das immer, wie er es gut beschrieben hat, es ist doch nur ein Pieks. Es ist doch nur eine Impfung. Es ist doch nur eine Bratwurst. Weißt du, was ich meine so? Und so wird diese Grenze, dieses ist doch nur immer weiter nach hinten verschoben. Und du kriegst es gar nicht richtig mit. Und auf einmal stehst du da wie in dem Video und unter dir geht die Klappe weg und du bist tot. Boom. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das hat das gut beschrieben. Und das zeigt uns auch, dass wir am Ende des Tages nicht nur auf das vertrauen können, was uns gesagt wird. Vor allen Dingen nicht von den Medien, von der Politik oder von irgendwelchen angeblichen wissenschaftlichen Stellen. Sondern wir müssen das verbinden mit unserem Bauchgefühl. Mit dem, was wir ehrlich in unserem Herzen fühlen. Und dazu müssen wir erstmal ehrlichen Kontakt wieder zu uns und unserem Herzen aufbauen. Damit wir da überhaupt wieder Dinge fühlen können. Die meisten können gar nicht mehr richtig fühlen, habe ich das Gefühl. Weißt du? Und das ist gefährlich. Weil diese Menschen werden immer darauf hören, was sie gesagt bekommen. Und die können das nicht evaluieren und dann gucken, okay, was fühle ich denn dabei? Weil irgendwann kommen die um die Ecke und das haben die schon mal versucht und sagen, dass Sex mit Kindern normal ist. Ich nehme dieses dreckige, ekelhafte, extreme Beispiel extra, um euch das bewusst zu machen. Irgendwann wird die Wissenschaft sagen, dass es okay ist und dass es normal ist und dass da nichts Schlimmes passiert. Und dann kommt die einzige Lösung und zwar deine Moral, deine Ethik, dein Herz, Gott, die dir sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht normal. Weißt du? So. Wir brauchen diesen Kompass wieder und der Kompass ist in uns allen vorhanden. In uns allen vorhanden. Wir haben diesen Kompass in uns und wir haben zu jedem Zeitpunkt, könnten wir fühlen, was richtig oder was falsch ist. Und was der richtige Weg ist, so. Weißt du? Und deswegen müssen wir wieder Kontakt zu unserem eigenen Kompass aufbauen. Und nicht unser ganzes Vertrauen in irgendwas im Außen reinlegen, so. Ich liebe euch. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Das ist ein wichtiges Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace out. Gang. Gang. Ja. Wenn sowas kommt, dann gute Nacht. Bro, das war ja schon mal der Fall in Deutschland. Jeder, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, so. Guckt euch mal das Kentler-Experiment zum Beispiel an. Weißt du? Das war auch die Wissenschaft. Da wurden Bücher geschrieben, die Lust am Kind und so. Da wurden Kinder zu pädophilen Straftätern gegeben. Schwer erziehbare Kinder und das vom Staat. Und das wurde basierend auf irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen gemacht. Weißt du? Und es ist vielleicht 70 Jahre her, 80 Jahre her. Und so. Aber es ist nicht so weit her, gut. Das ist kein Humbug, den ich hier erzähle. Sondern das war mal wirklich Fall gewesen. Und deswegen, wir müssen uns da absichern. Ich schwör dir. Wir müssen auf der sicheren Seite sein. Ich liebe euch. Das ist voll wichtig, Digger. Ich schwör's dir. Weil die werden uns irgendeine Scheiße eintrichtern. Das machen die doch heute schon. Ja, das mit den Geschlechtern ist jetzt nicht mehr eindeutig. Mann, Frau und so, das gibt's jetzt nicht mehr richtig. Wir haben jetzt neue soziale Konstrukte aufgebaut, die sagen, dass es mehr als 87, 80 Geschlechter gibt. Und das hat alles nichts mit der Realität zu tun, weißt du? Und wenn du fühlst, wenn du fühlen kannst und auf deinen eigenen Kompass hörst, dann wirst du merken und der wird dir sagen, nee, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Du lügst. Das ist auch keine Wissenschaft oder so. Das habt ihr euch an den Haaren herbeigezogen. Und ich fühl das und merk das und deswegen mach ich da nicht mit. Aber dann gehst du gegen alles, was die Gesellschaft aktuell macht und dafür musst du auch stark sein. Weißt du? Ein kleiner Pieks hat meine Mutter mir gesagt. Na, Digga. So ist das. Es ist doch nur ein kleiner Pieks. Wir leben halt in Zeiten, wo dieses Gefühl größer werden muss. Beziehungsweise wir leben in Zeiten, wo es immer wichtiger wird, dass du dich selbst kennenlernst und dass du einen Zugang findest zum immer vorhandenen Allwissen eigentlich. So, weißt du? Dass du da den Zugang findest. Weil es wird immer verrückter werden und es wird immer unlogischer werden alles und es wird immer verwirrender werden alles. Und wenn du selbst nicht verwirrt und confused sein willst, dann brauchst du einen Kompass. Du brauchst etwas, was dich guidet. Und das ist die ganze Zeit da. I'm telling you. Es ist die ganze Zeit da. Ich liebe euch. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den nächsten Peter rein, oder?